So wie ich gehört habe, hat mir der Lucky mal wieder was zukommen lassen. Hier ein riesen Ding, Alter. Und ein großes Paket auch. Was? Ja, packen wir doch mal aus. Du... Verrücktes Pötchen nur. Hast du kein Frühstück gehabt? Doch! Zweimal sogar. Aber... Energiebedarf heute 50 Kilometer groß. Ja, ich muss Elefanten essen. Ja, wundert mich auch nicht. Dadurch, dass die Lunge oder quasi die Organe echt wirklich noch mehr arbeiten, wundert mich das natürlich auch nicht, dass ich viel mehr Hunger habe und so. Der Körper braucht Energie. Die ich ihm aber zu wenig gebe, das ist halt auch das Problem. Das ist auch richtig. Für mich selber mache ich einfach kaum was zu essen, das ist ein Problem. Oder gib zu wenig Geld einfach raus für Essen. Das ist einfach... Das muss sich ändern. Werde ich auch mal bald dann. Reichtes, danke. So, Moment. Äh, schwierig. So. Ich bin sehr gespannt. Autsch. Was? Alter, das ist ja ein Sack. Ich habe mir schon immer einen Sack gewünscht. Jetzt mal schieße. Was? Sag mal... Sag mal, spinnst du? Was ist denn das? Junge, ein blauer Sack. Ist voll schön. Kann man sich eigentlich die Farben aussuchen? Nee, oder? Ist so ein random Säcke, oder? Blau. Ich liebe es. Warum ist es so riesig? Lucky. Was ist das? Was ist riesig auf meiner Liste? Was hast du getan? Hast du getan? Was mag es sein? Ich sehe es nicht. Ist hier nicht irgendwo... kein Zettelchen dran? Doch. Hä? Ah, ja. Was heißt hier, wenn er nicht verschläft? Damit der gute Gekko was zum Frühstück hat. Also wenn er denn mal nicht verschläft. Denn er muss ja gut gestärkt sein, wenn er streamt. Was heißt hier verschlafen? Ich verschlafe zur Zeit wirklich selten. Lucky, was soll das heißen? Was ist da los? Wenn du nicht so kuschelig wärst, dann würde ich auch nicht so viel verschlafen. Was? Moment. Frühstück. Wait a minute. Wie man einfach die Bildschirme hinter mir sieht. Ein blauer Sack. Das ist doch für dich doch immer die größten Säcke. Oh, geil. Oh, ich stehe auf große Säcke. Was? Na. Na komm schon, du Sack. Du eh den da. Geh auf. Ja. Es geht immer nur. Wirst du mich verarschen? Sag mal. Was ist denn das jetzt? Hallo? Ich kann sie nicht aufsuchen. Hä? Sag mal. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hä? Hä? Wer hat an dem Sack gearbeitet? Das geht ja nicht. Aber wir waren nicht die McDonalds Leute. Was? Hä? Ich krieg ja nicht auf. Alles klar. Aha. Siehste mal. Ja. Genau. Da schimmelt mir schon ein Logo entgegen. Das ist faszinierend. Warte mal. Oh. Aha, ja. Oha. Oh mein. Was? Ist alles rausgeputzelt. Scheiße. Egal. Jo. Es ist äh. Cornflakes. Was ist Starlos? Starlos. Alter. Das ist natürlich. Ja gut ne. Für wegen dem äh. Hier. Ich hab den Link schon verstanden. Alter. Ja. Das ist. Hallöchen. Ja geil. Cornflakes. Ja geil. Und davon äh. Vier Packungen. Sind das. Ja moin. Ja brauche ich jetzt nicht alle zeigen. Alter. Lucky. Haha. Mega nice. Vielen Dank dafür. Ja. Nice. Cornflakes. Kelo gesee Cornflakes. Ich liebe Cornflakes. Sehr schön. Ja. Da muss ich jetzt äh. Cornflakes nicht mehr einkaufen. Cornflakes sind echt teuer geworden. Das ist immer so ne Sache. Muss ich nur noch Milch kaufen. Hey. Danke. Für diesen kleinen Kellogs. Cornflakes Vorrat. Lucky. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Lass gemeinsam Cornflakes essen. Kommen sie rüber. Lass mal gemeinsam frühstücken. Ah. Jetzt muss Gecko. wenn ihr Frühstück und Energy drinkt. An mich denken. Das ist korrekt. Ich muss wirklich. Ich muss wirklich andauernd an dich denken. Wenn ich Rockstar trinke. Oder allein schon sehe. Ach so ist das. Was. Das machst du mit Absicht. Dass ich immer an dich denke. Ich verstehe. Du. Du. Kleines flauschiges Pfötchen du. So läuft der Hase. Ich verstehe. Der ist mir tatsächlich jetzt zu süß geworden. Weil du mich jetzt abgefüllt hast mit dem. Mit meiner anderen Lieblingssorte. Ich weiß genau Bescheid. Über meine Lieblingssorten. Schmeckt mir jetzt der hier nicht mehr. Der ist mir jetzt zu süß geworden. Geil. Super. Jetzt kann ich nur noch eine Rockstar. Jetzt kann ich nur noch einen Rockstar trinken. Schon irgendwie. Geil. Das ist fantastisch. Passt. Abgefüllt. Ja. Ist doch wahr. Ah lucky. Super. Geil. Jetzt kann ich Konflak. Hätte ich jetzt noch Energies übrig. Hätte ich Konflak es mit Energies essen können. Äh. Weh. Ja. Vielen lieben Dank. Was soll ich sagen. Mega nice. Klar. Klar. Geil. Gesundes Vorstück. Kleiner Vorfahrt. Mega. Danke dir. Wirklich. Saugut. Du verrückter du. Da schickt er mir. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr seid toll. Wisst ihr das? Ihr seid super. Allgemein. Der ganze Support immer. Von euch. Die Überraschungen immer. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Super. Ey der Wahnsinn. Ähm. 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 Ja. Ich müsste meinen Ehemann gesund sein. Das ist. Das ist super. Machen wir. Äh. Ich. Das müssen wir noch machen. Händler Crossing heiraten. Ich hab. Oh. Ich hab eh. Ich hab sogar ein bisschen meine. Äh. Hier. Insel umgebaut. So ein bisschen schon mal. Ich hab einen Fluss versetzt. Ich muss da noch was vorbereiten für uns. Ne. Hab ich ja gesagt. Das kommt auch noch. Ja. Im August wahrscheinlich. Da kommt das nächste Update. Das nächste Update. Haben wir noch ein paar Wochen Zeit. Ne. Nicht mehr viele. Zwei. Wann kommt das nächste Update? Wissen wir noch gar nicht. Hey. Stimmt. Das nächste Update. Im August. Dann kommen wir auf jeden Fall dann nochmal ein paar Trailer zu sehen. Vielleicht auch eine Mini-Dial. Vielleicht ja dann doch Nintendo internes. Mindestens das Update. So. Ähm. Deco muss nicht mehr verhungern. Yay. Ja. Oh. Hä? Noch mal hat die eh nicht geklappt? Was glaube ich am Ende des Satzes war. Wahrscheinlich deswegen. Oder? Hm. Interessant. Ähm. Ja. Dann mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine kleine Pause. Ne. Und werde jetzt äh. Cornflakes essen. Tschüss. Bis später. Ne. Schmarrn. Wir spielen natürlich jetzt weiter. Wir spielen natürlich jetzt weiter. Hahaha. Ja.